Hören wir mal die Kamera ein. Ich will gleich zum Volksfestplatz. Floss. Ehrliche Sicht heute. Wunderbar, wo wir es nicht abhaben. Die Kohle kommen bald weg. Heute ist der 1. Oktober. Es ist jetzt 20,5. Über der Brücke geht's. Oh ja. Ablösung von den Autos. Von der Brücke. Das ist Nizza von Aschaffenburg. Jetzt habe ich keine Bedenken mehr, dass ich nicht mehr zum Volksfestplatz komme. Jetzt geht's eine Runde. Oh, das geht doch nicht. Oh, das geht doch nicht. Da drüber sitzen die Leute. Im Schlossgarten. Und es ist Hochzeit. Da werden wir mal einladen. Das ist wahrscheinlich auch nicht türkische Hochzeit. Jiiiihä. Du musst meinen Schatten. Wunderbar. Herrlich. Wunderbar. Morgen ist vorbei mit dem schönen Wetter. Vor allem sieht es so, ich muss jetzt umdrehen. Jetzt muss ich umdrehen. Hier ist Schloss. Mein Schatten. Tüchische Hochzeit. Jiiiihä. Hier wird schwer getanzt und das war's. Das war's.